Reiten ist schön, im Winter besonders, aber unter Umständen auch schön teuer. Vor allem, wenn etwas passiert, kann es wirklich teuer werden. Schlau darum, wer für diesen Fall mit der richtigen Versicherung vorgesorgt hat. Ganz besonders, wenn man ein Ross reitet, das jemand anderem gehört. Jennis meinte, sie hätten vorgesorgt. Philipp Podermatt. Leonie Jenios Inns liebt Pferde über alles. Mit fünf begann sie mit Reiten. Bereits in der Primarschule schaffte sie das Reitpreuve. Seitdem ist die versierte Reiterin mehrmals in der Woche am Ausreiten. Das Reiter ist für mich eigentlich mehr als ein Hobby. Das ist für mich eine Leidenschaft. Wir bringen relativ viel Zeit mit und unter uns. Das ist für mich etwas Unbeschreibliches, was mir sehr viel gibt. Ich habe den Kopf abschalten und komme auf sehr viele andere Gedanken. Das tut mir einfach sehr gut. Inzwischen besitzt die 20-Jährige eine Springlizenz und nimmt an regionalen Turnieren teil. Ihr Vater unterstützt sie bei ihrer Passion. Ein eigenes Pferd haben Jenis nicht. Leonie reitet jeweils verschiedene Pferde, unter anderem auch Springpferde. Deshalb hatten sie eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen. Wir haben extra die ganze Privathaftpflichtversicherung zu der AXA gezügelt. Der Verkäufer dazu hat uns gesagt, wir sind die Besten bei den Pferdenversicherungen. Das haben wir gemacht. Wir haben eine Kopie der Polissenbesitzer gebracht und sie im guten Glauben sahen, dass wir das Richtige gemacht haben. Die AXA wirbt auf ihrer Webseite sattelfest mit Zusatzdeckung. Denn auch das Pferd kann sich verletzen. In solch einem Fall übernehme die AXA beispielsweise die Tierarztkosten an einem Leibpferd mit der Zusatzdeckung Pferdemieter. Für 120 Fr. im Jahr seien Schäden bis 100'000 Fr. versichert. Solche Zusatzversicherungen werden bei Reitbeteiligungen oftmals vorausgesetzt. Doch aufgepasst, viele Reiterinnen und Pferdebesitzer wiegen sich in falscher Sicherheit. Vor einem Jahr reitet Leonie mit Kolumbus aus. Es ist ein schöner Herbsttag. Pferd und Reiterin kennen sich gut. Und dennoch, Kolumbus erschrickt und dreht sich ab. Leonie stürzt. Ich hatte wirklich sehr schwein, weil ich noch ein paar Meter nachgeschleckt habe. Er konnte mich sehr glücklich treffen. Es kann schnell gehen, sei es im Kopf oder im Rücken. Es kann sehr schlimme Verletzungen geben. Ich bin froh, dass ich heute hier so stehen kann, gesund zu sein. Kolumbus reisst sich los und galoppiert fort. In der Panik rutscht das Pferd wenig später auf dem Asphalt aus. Und er leidet einen Beckenbruch. Noch am selben Tag wird Kolumbus von seinen Schmerzen befreit. Jannis melden den Unfall der Versicherung. Erst nach vier Wochen erkundigt sich ein Pferdeexperte im Auftrag der AXA bei Leonie nach dem genauen Unfallhergang. Dann der Entscheid. Die Versicherung übernimmt den Schaden nicht. Wir sind sehr enttäuscht, weil wir Leonie in diesem Fall unterstützen wollten. Wir stehen dort auch in einer moralischen oder finanziellen Schuld gegenüber einem Besitzer. Ich habe einfach gespürt von Anfang an, sie wollen nicht zahlen. Bei ihm war Kolumbus im Stall. In Münchämir in Berner Seeland. Für Reittrainer Markus Niklaus ist der Verlust von Kolumbus ebenfalls gross. Nebst dem emotionalen Verlust hatten wir natürlich Kosten mit der Anschaffung des neuen Ross. Das gleichwertige Ross kostet 20'000 bis 25'000 Fr. 10'000 Fr. die Ausbildung, Material, das Auto, alles. Da reden wir von 40'000 Fr. Schaden, die uns entstanden ist. Diese Kosten muss Familie Niklaus nun selber tragen. Die Begründung der Versicherung. Bei ihrem Produkt handele es sich um eine Haftpflicht und nicht um eine Unfallversicherung. Die Begründung für Pferde schreibt die AXA Kassensturz. Und weiter. Ein Gutachten eines unabhängigen Pferdeexperten kam zum Schluss, dass die Reiterin am Unfall kein Verschulden hat und deshalb nicht haftbar gemacht werden kann. Deshalb kommt nicht die Privathaftpflichtversicherung zum Tragen. Michelle Richner von der Stiftung Tier im Recht kennt sich aus mit Rechtsfragen bei Pferden. In diesem konkreten Fall müsse die Versicherung tatsächlich nicht für den Schaden aufkommen, sagt die Juristin. Dass ein Rost aufspringt, verschreckt, mit dem muss man rechnen und mit dem muss man leben und man muss auch mit den Konsequenzen leben. Aber für das ist die Versicherung nicht da. Die Versicherung ist für den Fall da, als dass jemand ein Fehler passiert und mir dann aufgrund von dem zu einem grossen finanziellen Schaden kommt. Ein Unfall oder ein Schaden mit einem Pferd könne schnell teuer werden. Deshalb ihr Ratschlag. Es empfiehlt sich sicher jedem und jeder, bevor sie oder er mit dem fremden Ross ausreiten, doch mal nachzufragen, für was der Eigentümer von dem Ross alles Versicherungen hat. Weil auch wenn in dem Fall rechtlich keine Haftpflicht besteht, hat man natürlich irgendwo durch eine moralische und zwischenmenschliche Verpflichtung und fühlt sich womöglich schlecht, wenn dann etwas passiert. Für Leonie Jenny ist nun klar, eine solche Pferdeversicherung deckt längst nicht alle Risiken ab. Diese Versicherung ist in meiner Augen eigentlich nicht so verfehlt, dass sie in einem solchen Fall wie jetzt nicht zahlt. Weil, ja, ich bin schon ziemlich enttäuscht, dass wir so im Stich gelassen werden. Eine Rossversicherung, die ausgerechnet in einem solchen Fall nicht hilft, man hat es gerade gehört, die Leonie Jenny, fühlt sich im Stich gelassen. Die AXA ihrerseits will ihre Kundinnen und Kunden in Zukunft besser darauf hinweisen, dass es sich hier um eine private Haftpflichtversicherung handelt und schreibt am Kassensturz wörtlich noch folgendes Zitat, «Massgebend sind aber in jedem Fall die Polisse und die allgemeinen Vertragsbedingungen, die die Deckung transparent und vollständig erläutern. Eine Versicherung, die nicht zahlt, das ist ja an und für sich allein noch nicht eine ganz neue Erfahrung für Konsumentinnen und Konsumenten. Aber natürlich kommt es auf einen konkreten Einzelfall an. Wie ist das in der Pferdenversicherung geregelt? Das wollen wir zusammen mit unserer Hausjuristin Gabriela Baumgartner. Herzlich willkommen im Kassensturz, Gabriela. Guten Abend, Uli. Noch einmal auf den Punkt gebracht, warum zahlt die Versicherung nicht? In den allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Versicherung steht drin, sie zahlen bei Unfällen, wenn eine gesetzliche Pflicht, eine gesetzliche Haftpflicht besteht. Und das ist eben ein wenig krugs in diesem Fall. Eine gesetzliche Haftpflicht bedeutet, dass jemand einen Fehler gemacht hat, und dieser Fehler muss zu einem Unfall geführt haben. Und jetzt da in diesem konkreten Fall sagt die Versicherung, die Leonie hat keinen Fehler gemacht, die Reiterin hat alles richtig gemacht, das hätte jeder Reiterin passieren können, darum muss sie nicht zahlen und darum zahlt eben auch die Versicherung nicht. Das ist ja etwas, was so ein bisschen gegen das normale Empfinden geht. Also die Versicherung zahlt dann, wenn man etwas falsch gemacht hat als Versicherungsnehmerin. Genau, das ist jetzt ein bisschen arg juristisch, aber man muss wirklich sagen, im Haftpflichtrecht ist das so. Das Haftpflichtrecht fordert immer, dass ich es verschuldet habe an einem Unfall oder an einem Schaden. Und nur wenn ich es verschuldet habe und es verschuldet, das ist ein Fehl, den man mir vorwärfen kann, ich habe etwas nicht beachtet oder ich habe mich nicht um etwas kümmern, nur dann werde ich hafbar. Und das wäre jetzt der konkrete Fall, wenn ich mit einem Rossgang reite, ich gehe auf eine Strasse, die sehr viel Verkehr hat, obwohl ich genau weiss, dass das Ross dort nicht sicher ist. Dann hat man etwas falsch gemacht und dann würde die Versicherung greifen. Ganz genau, dann muss sie zahlen. Jetzt haben wir im Beitrag gesehen, die Versicherung bietet sich an als Leute, die fremde Rossen reiten. Was ja hier genau der Fall ist. Was würdest du sagen? Kann man sagen, ist die Versicherung unter dem falschen Titel verkauft? Ja, unter dem falschen Titel würde ich nicht sagen, weil es ist ja eine Haftpflichtversicherung, die zahlt, wenn ein Unfall passiert. Aber sie zahlt eben nicht in jedem Fall. Und jetzt da sieht man einfach einmal mehr, wie unverständlich und wie missverständlich, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind. Da kommt kein normaler Mensch darauf, dass ausgerechnet in so einem Fall, den man ja meint, man hat die Versicherung dafür, dass sie dann eventuell eben doch nicht zahlt. Jetzt hast du in der ersten Antwort gesagt, wahrscheinlich die Killerformulierung, nämlich nur von Gesetzes wegen, wenn dort eine Haftung besteht. Du bist ja selber Oriterin, hast du selber auch eine Versicherung? Hoffentlich, ja, nein, ich frage es generell, ist das etwas, was in allen Versicherungen drin steht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann so eine Versicherung seit vielen, vielen Jahren und die schaue ich natürlich nicht zweimal im Jahr an und denke sie durch. Und als ich jetzt das Gespräch vorbereitet habe, bin ich natürlich meine Polissen und habe angeschaut und gesehen, bei mir steht das genau gleich drin und ich musste eher einen Schluck, weil ich genau gemerkt habe, mir ist es genau gegangen mit dieser jungen Reiterin, ich wäre nie im Leben, hätte ich daran gedacht, also ausgerechnet so ein Fall, dass der nicht deckt ist. Leonie Jenny hat am Schluss vom Beitrag gesagt, also die Versicherung ist für nichts, sehr Umgangssprache formuliert, würdest du das unterschreiben? Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, sie ist nicht für nichts, oder? Wenn ich einen Fehler gemacht oder etwas aus einer Fahrlässigkeit begangen habe, dann würde die Versicherung ja zahlen. Aber eben sie zahlt allgemein wie im Haftpflichtrecht dann nicht, wenn ich alles richtig mache. Und mit dem rechnet man eben nicht. Gut, wir halten fest, die Versicherung nützt jetzt in diesem konkreten Fall nichts. Gibt es eine andere Versicherung, die greifen würde? Also ich würde unbedingt empfehlen allen, die fremde Ross reiten, dass sie, bevor sie auf das Ross steigen, mit dem Eigentümer reden. Der Eigentümer müsste eigentlich so eine Versicherung haben, eben eine Unfallversicherung für sein Ross. Viele Stellen und viele Reitschulen, die haben das auch. Und so eine Versicherung zahlt dann Teilungsköste für das Ross nach dem Unfall. Und sie würde sogar ein Taggeld zahlen, wenn das Ross jetzt im Stall eine Zeit lang nicht eingesetzt werden kann. Und der Eigentümer muss eins dazu mieten. Also du sagst, eigentlich müsste man so eine haben, oder könnte man so eine haben. Wie ist es im konkreten Fall? Im konkreten Fall hat für das Ross hat der Besitzer als Eigentümer eben keine Versicherung gehabt. Dann machen wir Punkt. Und dann sage ich vielmals für das Gespräch, liebe Gabi, und merci für alle Gespräche, die wir zusammen gemacht haben in den letzten Jahren hier live im Kasselsturz. Gabriela Baumgartner, vielen Dank. Danke dir, Ruhli.